Hallo liebe Kinder, die an dieser Woche zu Hause geblieben seid. Wir haben ein Gedicht gelernt und ihr könnt das auch lernen zu Hause. Also, es ist ein Weihnachtsgedicht. Seid ihr bereit? Das fängt so an. Strahlen wie ein schöner Traum steht vor uns der Weihnachtsbaum. Okay, so fängt das an. Wir machen nochmal. Strahlen wie ein schöner Traum steht vor uns der Weihnachtsbaum. Das nächste sagt, seht nur wie sich goldenes Licht auf den zarten Kugeln bricht. Ja, noch einmal. Seht nur wie sich goldenes Licht auf den zarten Kugeln bricht. Frohe Weihnacht klingt es leise und ein Stern geht auf die Reise. Ja, noch einmal diesen Satz. Frohe Weihnacht klingt es leise und ein Stern geht auf die Reise. Leuchtet hell von Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt. Jetzt sagen wir alles noch einmal. Okay? Seid ihr bereit? Und Strahlen wie ein schöner Traum steht vor uns der Weihnachtsbaum. Seht nur wie sich goldenes Licht auf den zarten Kugeln bricht. Frohe Weihnacht klingt es leise und ein Stern geht auf die Reise. Leuchtet hell von Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt. So, ihr könnt das oben. Bleibt gesund und froh zu Hause und wir geben euch noch mehr Sachen zu tun. Schönes Wochenende an alle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.